Oh, 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 Kamalett und Nussliga Nussliga, viel Spaß mit Blömer und Tilak Lose, 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 schönen Abend, wa? Ja, Lose, Lose, Kurvense Lose, Mensch, Leute, komm da ran, hier, wa? Ja, hier, 10 Lose zum Preis, wollen Sie auch mal Lose? Wie sieht es denn aus bei Ihnen? Kommt drauf an, was kosten die denn so? Ja, die ersten, also du sonst, bezahlen sie ja nicht, wa? Und dann kommt es drauf an, ist ein Freilust dabei, dann kann es weitergehen. Und hier so ein Sammelalbum, das gibt es heute zum halben Preis. Ja gut, dann nehme ich erst mal drei Lose, wa? Ja, halt, doch, gewusst, wa? Ihr schenkt ein Jauling, kickt mal nicht in den Maul, wa? Wenn ich mir die bescheidene Frage erloben darf, ich bin so furchtbar neugierig, wa? Was haben wir denn? Ich weiß auch nicht, ein Mann mit einem traurigen Gesicht? Ah, ein Arbeitslos, ja, dit ist Pech, wa? Davon gibt dit viele. Wenn Sie die sammeln und aufkleben, brauchen Sie 10 Arbeitslose für einen Freilust. Oder Sie sammeln wie bekloppt weiter und geht mit dem Mann in der Revolution. Aber dit hat schon lange keiner mehr hingekriegt. Dit ist aussichtslos. Aha. Und hier habe ich noch eine Bank, eine deutsche Bank. Ah, dit wiederum ist jut, wa? Dit ist ein Haltlos, wa? Und zusammen mit einem Skrupellos und einem Gewissenlos macht dit ein super Trio mit den Ravkis. Das können Sie ordentlich abfahren, wa? Haha. Und wie bekomme ich denn die Ravkis? Ja, ich sag mal so, die Skrupellose, die sind zwar häufig, wa? Weil die kriegt man so schwer zu packen, wa? Dafür, haik, jede Menge Wissenlose im Pott hier. Ganz neu, wa? Hier den Söder, wa? Watt älter, der Schröder. Hat ja rüber gemacht, so ein Russen, wa? Der muss bestimmt nicht harzen. Aber selbst mit Harz, bist du nicht arm, musst du nur sparen. Ach so, ja. Sparen, haben Sie den auch schon? Nee, den haik nicht. Dafür, haik, den, äh, warte, ich gucke gleich drauf. Äh, den, äh, den, äh, Sommerschnaps, you know. Nee. Winterkorn? Genau, jetzt, ha, ich brenne das immer durcheinander, der alte Abjahrsrufe, ja, 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 ja. So, und hier habe ich noch einen machtlos. Wähler oder Gewerkschaften? Mit Fahnen und Flaggen, wer die, also, aha, das sind doch die starken Gewerkschaften, ne? Ach, sie haben auch wirklich kein Glück heute, wa? Auf die setzt keiner mehr, wa? Die standen mal richtig gut im Kurs, aber das ist schon Asbach. Auf dem Platz liegen jetzt die Besinnungslose. Wer? Na, das sind all die Fußballfans und die Karnevalisten, wa? Ja, und die Hilflose. Hä? Das sind all die Drogenabhängigen. Von den harten Heroinabhängigen bis zum täglichen Hausfrauschnechtel. Ja, mit den beiden hätten sie die Helfzeit rasch voll. Ja, ist wohl nicht so mein Tag, ne? Ach, komm, ich will mal nicht so sein, wa? Mein Weg können Sie noch einig raten. Ich sag mal immer drauf los. Vielleicht wird das ja ein Hönes. Ein Freilos? Nee, das ist ein Maßlos. Ah, klar. Und zusammen mit ihrem Haltlos. Von vorhin werdet ihr übrigens ein prima Pärchen, wa? Moment, wer ist denn jetzt ein Pärchen? Ach, nun passen Sie doch mal auf, wenn ich Ihnen was verklicker, wa? Ja, zum Beispiel der Erdogan mit dem Blatter und dem Putin dabei. Es sind aber drei, ne? Ja, das ist doch vollkommen egal, Mann. Da hatten sie eins gruppellos und zwei maßlose Mann. Das steht wie in der Wand, da kommt kein Stich drüber. Und dann heißt das sammeln, 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 sammeln. Und zack, ist die Seite voll, wa? Aber jeder für sich und J für uns alle. Und ich kann Ihnen sagen, selbst hier in Stuttgart gibt das J lose wie Sand am Meer. Sie wollten doch noch eins quasi. Ja, hab ich ja gesagt, war quasi zinslos. Ach, ein Hirnlos? Sagen Sie nicht, sagen Sie nicht, das kann nur der Berlusconi sein. Nee, der hat mir die Haare so schräg aus dem Nacken so gestrüppt und das schräg von. Das ist doch der amerikanische Adler hier mit Vogelgrippe oder was? Nee, das ist der Kleffer, dieser Hund von Paris Hilton. Der auch nicht gelber Gruselclown, also ist aber auch schwierig zu erkennen. Ach so, ja, die Amis haben doch den großen Trump losgezogen. Da ist der Teufel los. Ach so. Aber ist der nicht eher bei geschmacklos oder gesetzlos? Fraglos. Ja. Und wie werde ich den jetzt wieder los? Ah, das weiß noch keiner so genau, wa? Aber ich weiß, wa, wa. Ich streiche den jetzt aus meinem Portfolio ersatzlos. Ah, hab ich doch noch Glück gehabt. Ja, ja, ein bisschen, wa. Warte mal, ich bekomme jetzt nochmal so richtig gut das Angebot, wa? Die kriegen jetzt von mir fünf Lose zum Preis von schlappe drei, wa? Das wäre doch, wa? Hm? Sozusagen alternativ. Ja, genau, wa. Die ziehen bestimmt noch das große Lose. Ich hab das im Morin. Und dann rollt der Rubbel los, wa? Ja. Ha? Ja. Ja, rollt der Rubbel los, Rubbel los. Dachte ich, das passt doch jetzt. Rubbel, Rubbel los, nicht? Nee, Rubbellose, Halki. Was ist mit Ihnen los? Ich hab hier noch so einen Mann ohne Hals. Könnte der Altmaier sein? Nee, Moment, andersrum. Das ist doch die Nahles, oder? Nee. Da muss ich Sie entschuldigen. Die ist bei der Stimmlose, wa? Okay. Zeigen Sie mal. Ach, dit, dat ist doch der Sigi. Sigi? Na, der Gabriel, wa? Aber der Sigi, der ist jut, wa? Der ist richtig jut. Warum? Na, der geht doch auch bald wie seine Vorjänger eine Privatwirtschaft, wa? Und wenn dit der Fall ist, dann kriegen Sie von mir anstandslos, einen Bodenlosen, Zügellosen, Konkurrenzloses, Restlos und Fraglos auch ein Ruchloses, Schamlust dabei. Na, wie wär denn dat, da? Ja, aber ich weiß nicht, ich mein, was hab ich denn davon? Wie wat haareg davon? Na, Sie können sammeln, 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 wa? Ist doch völlig sinnlos. Kann ich denn nix gewinnen? Wat gewinnen, Willa? Ik hab da nisch zu verschenken, ik bin mittellos. Was haben Sie da noch auf dem Arm? Ach dit? Na, Sie können anstatt Lose auch Feste sammeln, wa? Äh, Moment, wie jetzt? Ja, zum Beispiel ein Krisenfest oder ein Manifest. Meinetwegen auch ein Bibelfest, wenn dit unbedingt sein muss, ja? Ne, lassen Sie mal, ich muss auch so langsam los. Ach, warte, ik hab hier noch so'n schönes Hiebfest. Ne, ne, danke. Und ein Stichfest, dit ha ik auch noch, nur bleiben Sie doch, ik hab da so'n schöne Volksfeste hier. Blömer und Gelag! Blömer und Gelag! Untertitelung des ZDF, 2020